Herzlich willkommen hier bei Planet Sports in Dresden. Heute großer Eröffnungstag. Wir sind sehr sehr gespannt. Ich bin natürlich schon öfters gefragt worden, warum jetzt Dresden genau? Also wir finden hier eine extrem, wir haben hier eine sehr sehr starke Szene vorgefunden und die Szene ist natürlich für uns total wichtig und ich denke und wir haben alle gedacht, dass natürlich Planet Sports sich sehr sehr wohlfühlt bzw. natürlich auch die Szene sich dann hier auch wiederfindet und deswegen haben wir einfach jetzt Dresden als nächsten Standpunkt für Planet Sports gewählt und wenn man sich hier so ein bisschen umschaut und den Laden genau anschaut, denken wir, es ist wirklich mehr als das Richtige hier. Und ja, heute großer Eröffnungstag, 3. September 2011. Jetzt sind wir gespannt, was heute passiert. Hey! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.